Focustera ist eine Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Wir möchten, dass die Menschen ihr natürliches Umfeld besser verstehen lernen, um darin verantwortlich handeln zu können. Unser Programm ist sehr vielseitig. In Sonderausstellungen, Vorträgen, Führungen vertiefen wir Forschungsthemen und ermöglichen Kontakt zu Wissenschaftlern. Wir geben Menschen aller Altersstufen Zugang zu Wissenschaft. Speziell Kinder und Jugendliche möchten wir für Themen rund um unseren Planeten begeistern. Wir möchten Schülerinnen und Schüler in ihren Interessen fördern, sei es für Freizeit, Studium oder den späteren Beruf. Unser Erdbeam-Simulator ist ein packendes Erlebnis und unsere geologischen Experimentiernachmittage ein beliebter Anlass für die ganze Familie. Mit Schlechtmutter Untertitelung auf den Puls v栺ipendigen von einem Kuller Von einem Funktion in der Puls von einem Plpl Ellie zu einem Rekipendigen Altersstufen von einem Kuller von einem Kuller von einer Rekipendigen von einer Rekipendige von einer Rekipendigen von einem Rekipendigen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020